Oh mein Gott, zum Glück wurde ich weggetauscht. Ich glaube, das hätte ich nicht überlebt. Yo Leute, was geht ab? Wir spielen wieder Minecraft Ender Games. Haben wir extrem lange nicht mehr gespielt. Es geht jetzt los. Ich muss sofort eine Kiste bekommen. Nein, da war nix, da war nix, da war nix. Gib mir wenigstens was Brot als Trost. Oh, nein. Ah, okay, nochmal mehr essen. Ah, da war ein Eisen. Nein, jetzt. Die haben mir alles geklaut. Egal, egal. Wir sind ein Känguru, hoffe ich. Ja, diesmal habe ich es nicht vergessen einzustellen. Jedes Mal habe ich es vergessen einzustellen, bin aber getötet worden. Wurde rein teleportiert und gleich von hinten, wie auch immer, der mir, ich glaube, das ist einer der neuen Kids, also neue Kids dazu gekommen. Ich glaube, ich werde mal machen, dass ich so einmal jedes Kid so durchspiele. Sozusagen, damit ich euch erklären kann, was jedes Kid kann. Falls überhaupt. Aber das dauert noch, weil ich will in letzter Zeit viel mehr Minecraft. Oh, da ist ein Bomber. Da gehen wir erstmal weg. Die sind gefährlich. Auch wenn ihr kein... Oh, jawohl. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir haben vier Diamanten. Nein, nicht so weit weg. Schnell, 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 schnell. Jetzt müssen wir noch ganz... Wieso hauen wir das nicht? Jawohl, ich wollte schon sagen. Ich dachte, wir wären ein Bug gewesen. So, jetzt müssen wir es mal so machen. Nein, so, so. Ach mein Gott, ich falle hier schon. Ihr seht schon, ich habe es extrem lange nicht mehr gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich mal ein bisschen faile. Ich hoffe, jetzt haut mich auch keiner um. So, zack. Hey, ich habe mir da ein Schwert gemacht. Ja, es leckt ein bisschen. Es leckt zur Zeit ein bisschen. Ich glaube, aber das liegt an mir. Und das kann ich so weit weg machen. Das sieht super aus. Das sieht echt alles bisher super aus. Wir haben ein gutes Start hier. Aber ich habe es halt extrem lange... Oh, oh, oh. Komm, schnell, schnell, schnell. Jawohl, wir haben den getötet. Wir haben den getötet. Und dann erst mal schnell. Das war, glaube ich, ein Jäger. Das war, glaube ich, ein Jäger. 34 Blöcke hinter uns. Noch ein bisschen Eisengold gefunden. Sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt hier einfach hochgehen. Wir gehen jetzt einfach hier hoch. Na, wir gehen da hoch sogar. Er hat uns irgendwie komischerweise mega in die Luft geschleudert. Und da können wir auch eigentlich gleich wieder angreifen gehen. Ich könnte jetzt natürlich was, glaube ich, schon aus Eisen craften. Ist mir aber zu gefährlich, dass ich dann weg teleportiert werde. Und dass jemand anders an meine Sachen bekommt. Oh, hier war ich auch... Jawohl, wieder Diamant und Enderperlen. Und sogar... Nein, da war Labe, da war Labe. Da. Oh, jawohl. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Das war, glaube ich, der Fallensteller. Das war, glaube ich, der Fallensteller. Jawohl, das war der Fallensteller. Wollte sich am Ende nochmal in die Luft bangen. Oder bauen. Nicht bangen. So, das heißt, wir können jetzt das so machen. Gucken nochmal, ist keiner in der Nähe. Keiner in der Nähe, perfekt. Erstmal eine Brust bauen, das ist das Wichtigste. Die Brust hält nämlich mit Abstand am meisten aus. Also Leute, wenn ihr bauen könnt, immer eine Brust. Machen hier nochmal so zack, zack. Bisschen XP. Feuerzeug. Ich spiele ja eigentlich ohne Feuerzeug immer. Deswegen... Ich bin kein Fan von Feuerzeug. Aber wir können es mal trotzdem reintun. Ähm, Bogenbromo nicht, das Bromo alles nicht. So. Hm. Nehmen wir, ich habe heute Geburtstag... Oder ich hatte gestern, heute nicht mehr. Gestern hatte ich Geburtstag. Und da gab es mega leckeren Kuchen. Boah, ich habe den gerade gegessen. Ich habe noch den Geschmack im Mund. So ein extremer Kuchenliebhaber. Hm. Ah, hier ist wieder eine Kiste. Dann bauen wir nochmal. Ich hoffe, ich habe noch keine Schuhe gebaut. Oh, das war knapp, das war knapp. 100 Blöcke. Okay. Da ist Laber. Da hat jemand schon mit Laber gekämpft. Scheint so. Sieht so ähnlich aus. Oder sieht so aus. Nebenbei. Wir haben 2 Uhr morgens, Samstag. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Wir haben 2 Uhr morgens. Es ist Samstags. Und ich werde gegen 9 Uhr abgeholt. Also ich muss noch schneiden und zu Ende aufnehmen. Ich hatte auch noch einige Parts aufnehmen. Das heißt, ich werde heute nur 3,4 Stunden schlafen. Und dann geht es ab Richtung RPC. Oh, der hat ein Goldschwert. Das ist ein Jäger. Das ist ein Jäger. Äh, das ist ein... Hä, was macht der denn? Ich weiß, was der ist. Der ist so ein Bomber. 100%. Bin ich mir ziemlich sicher, dass der ein Bomber war. Weil der hat schon nach Tieren gesucht. So, hier gehen wir einfach hoch. Dann sind wir erstmal sicher. Denn da unten ist irgendwo einer. Da unten ist irgendwo einer. Oh, da müssen wir hin. Da müssen wir... Oh nein. Jawohl. Nein. Nein. Wie unfair war das? Da vorne ist einer. Könnte Delfin oder Hai sein? Wollen wir uns erstmal nicht mit anlegen? Erstmal will ich craften. Dazu brauche ich das hier. Ihr seht schon, alter Falter, bin ich langsam. Keiner in der Nähe. Okay. Das bedeutet... Ähm, was haben wir denn zum Craften? Wir können gar nichts craften. Oh ja, Bullshit. Doch, wir können etwas craften. Wir können nämlich das hier machen. Zack. Ähm. Jawohl, ich würde schon sagen. Perfekt, perfekt. Besser geht es nicht. Besser geht es nicht. Die nehmen wir sogar mit. Wir wollen hier nichts verschwenden. Der bleibt, glaube ich, im Wasser, der Typ. Der will im Wasser bleiben. Müll kann man irgendwie rausschmeißen. Ja, das ist okay. Der bleibt im Wasser. Das bedeutet, legen wir uns mit dem an. Oh, oh. Der bleibt, glaube ich, nicht im Wasser. Wart. Wart. Da sind Kürbisse. Seit wann sind Kürbisse da? Oh, da haben wir wieder... Oh, jetzt können wir wieder was craften. Jetzt können wir wieder was craften. Jetzt können wir uns... ...einen... ...Kopf. Uns fehlt ein... ...Diamant. Also, ich bin ein bisschen langsamer heute. Ich habe extrem lange kein Minecraft mehr gespielt. Ich will viel öfter spielen. Aber ich komme einfach nicht dazu. Ich komme einfach nicht dazu. Ihr wollt immer DayZ sehen. DayZ ist mega aufwendig aufzunehmen. Obwohl ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe. Beziehungsweise bald auch wieder weniger. Weil ich jetzt verschärft wieder lernen muss. Das ist immer so eine blöde Sache mit dem Lernen. Aber man darf... ...die Schule, beziehungsweise die Uni, darf man nicht vernachlässigen. So. Was haben wir denn? Wir haben... ...61 Blöcke. Hier sind noch Pro-Gamer und ich muss hier gewinnen. Wie soll ich denn das machen? Ich habe das Gefühl, es liegt dort ein bisschen. Da ist schon mal einer. Da ist schon mal einer. Zack. An geht es. Na komm. Ja, der haut ab. Hau auch lieber ab. Hau auch lieber ab. Ist besser für dich. Da vorne ist eine Box, die möchte ich... Oh. Ich glaube, ich wurde mit ihm getauscht. Ich glaube, ich wurde mit ihm getauscht. Ja. Ne, ich wurde nicht mit ihm getauscht. Oh, irgendjemand schießt auf mich. Doch, ich wurde mit ihm getauscht. Das Leben... Ach, es leben nur noch drei Leute. Und ich habe immer noch keine Hosen. Ich sollte vielleicht erst mal suchen... Also nach einer Hose suchen. Dass ich ein bisschen Eisen zusammenbekomme für eine Hose. Denn eine Hose bietet sehr viel Schutz. Und diesen Schutz könnte man gebrauchen. Ich will mal schauen, wo die anderen sind. Obwohl, wir haben noch einen goldenen Apfel. Wenn der Gegner das nicht sieht, dass wir den aufessen... ...dann könnten wir uns dadurch einen kleinen Vorteil sichern. Denn dann regenerieren wir schnellere Leben... ...und erhalten, ich glaube, zwei Bonus-Armor. Ich möchte jetzt nicht lügen. Aber ich glaube, das war das Richtige. Ich würde auch gerne verzaubern. Aber da habe ich auch Angst. Dass wenn ich verzaubern möchte... ...und auf einmal wegteleportiert werde... ...das geht gar nicht mehr. Weil dann habe ich keine Waffe mehr. Dann habe ich gar keine Chance hinzugewinnen. Der Typ ist jetzt hinter mir. Ich weiß, aber ich suche hier einen Verzauber... Da ist ein Verzauber... Oh, das wird mega gefährlich. Das wird mega gefährlich, was ich jetzt machen werde. Hoppala. Nein, nein, nein. Das möchte ich nicht. So, bitte, 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 bitte. Jawohl. Sharpness ist das Beste, was man rausbekommen kann. Jetzt aktivieren wir den hier... ...und dann hoffen wir, dass wir getauscht werden. Jawohl. Wir haben noch das hier bekommen. Schnell, schnell, schnell. Oh, jawohl. Wir haben es, wir haben es, wir haben es. Wir sind voll equipped. Und wir können jetzt fighten gehen. Und wir gehen auch fighten. Hier irgendwo muss er sein. Da in die Richtung. 40 Glöcke. 30, 20. Unter uns. Da ist er. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Zum Glück wurde ich weggetauscht. Ich glaube, das hätte ich nicht überlebt. Irgendwie habe ich ihn mega verschätzen. Auf einmal hat er mich schon geüttet gehabt. Das bedeutet, nur noch zwei Spieler. Nur noch wir beide. Und er hatte, er hatte auf jeden Fall ein Diamantschwert. Das habe ich gesehen. Ich weiß noch nicht, ob der eine Diamantrüstung hatte. Aber, das werden wir gleich noch sehen. Wenn wir gegen den stehen. Dann werde ich den goldenen Apfel benutzen. Ich weiß gar nicht, wann man den benutzen soll. Ich glaube, die meisten benutzen den immer vor dem Fight. Ne, im Fight. Ich glaube, ich benutze den vor dem Fight. Weil die machen immer so, die kämpfen. Ne. Na komm schon, na komm schon. Ich möchte auch nicht mit halbem HP in den Kampf gehen. Okay, jetzt kommt es zum Kampf. Jetzt wird es zum Kampf kommen. Hier irgendwo, da ist er, da ist er. Jawohl, wir haben den Apfel gegessen. Nein, nein, nein. Der hat uns besser erwischt. Der hat uns besser erwischt. Der hat, oh, der hat eine bessere Unterrüstung. Aber wir haben gewonnen. Durch den goldenen Apfel haben wir gewonnen. Jawohl. Oh mein Gott, ich muss mich gerade mega konzentrieren. Der goldene Apfel hat es gemacht. Ich glaube, zwei, drei Hits vielleicht waren das mehr. Die wir kassiert haben. Und ich habe mich mega schnell wieder gerabt. Somit konnte ich, ja, den Kampf für mich entscheiden. Hier nochmal. Hallo. Mein mega geiler, ich mag den Skin. Leute, danke fürs Zusehen. Ich denke, demnächst wird ein bisschen mehr Minecraft kommen. Jetzt auch mit so einer anderen Cam. Die ist jetzt nicht mehr da oben. Also ihr guckt nicht mehr von oben so nach unten. Sondern guckt mich jetzt so von der Seite an. Finde ich ein bisschen cooler. Haut rein. Vielleicht sehen wir uns auf der RPC. Yo, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt noch einen der letzten DayZ-Teile. Und unten das letzte Minecraft Ender Games Video. Ciao.